Hallöchen! Fragen Sie sich auch manchmal, warum Arbeit so eine nervige Sache ist? Oder warum wir eigentlich so viel arbeiten? Wieso scheint die Arbeit einer Maklerin merkvoller, als die Arbeit eines Krankenpflegers? Hm. Finden Sie solche Fragen auch spannend? Dann probieren Sie doch mal unseren Online-Kurs aus. Der Kurs richtet sich insbesondere an Menschen, die gerade arbeitslos sind. Melden Sie sich zum Kurs an. Online-Kurs Arbeit lernt. Anmelde-Link unter dem Video. Eine Kooperation der katholischen Erwachsenenbildung, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.